Die Weißrussische Fußballnationalmannschaft ist die Vertretung Weißrusslands im Fußball und wird vom Weißrussischen Fußballverband Belaruskaya Federaysia Footballa organisiert. Sie trägt alle ihre Spiele im Stadion des FK Dynamo Minsk aus. Geschichte Bis 1992 war die Mannschaft Teil der sowjetischen Fußballnationalmannschaft. Der Verband wurde am 22. Dezember 1989 gegründet. Aber erst 1992 als selbstständig anerkannt und nimmt seitdem auch an den Qualifikationen zu Welt- und Europameisterschaften teil. Erstmals Beachtung fand die weißrussische Nationalmannschaft, als sie im Juni 1995 gleich bei ihrer ersten Teilnahme an einer EM-Qualifikationsrunde die Niederlande mit 1 zu 0 bezwingen konnte. Am nächsten kamen die Weißrussen der Teilnahme an einem großen Turnier während der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2002. Damals gewannen sie vier ihrer fünf Heimspiele. Unter anderem gegen die hocheingeschätzten Norweger und Polen. Am letzten Spieltag hatten sie es somit selbst in der Hand die Relegation zu erreichen. Allerdings ging das letzte Gruppenspiel in Wales verloren, dadurch wurde Weißrussland nur Dritter. Die erste Partie gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft fand am 27. Mai 2008 in Kaiserslautern statt und endete mit 2 zu 2 nach einem 0 zu 2 Pausenrückstand. Dank eines 1 zu 0 Sieges gegen Tschechien der U21-Nationalmannschaft bei der U21-Fußball-Europameisterschaft 2011 war Weißrussland erstmals beim Olympischen Fußballturnier 2012 vertreten. Teilnahmen an Fußball-Weltmeisterschaften Bis 1990 siehe sowjetische Fußball-Nationalmannschaft 1994 nicht teilgenommen 1998 bis 2014 nicht qualifiziert In der Qualifikation für die WM 2014 trifft Weißrussland auf Titelverteidiger Spanien sowie für Nind, Frankreich und Georgien. Nach einem Sieg, einem Römi und vier Niederlagen hat Weißrussland bei zwei noch ausstehenden Spielen bereits am 6. September 2013 keine Chance mehr sich zu qualifizieren. Teilnahmen an Fußball-Europameisterschaften Weißrussland nahm als Teil der UDSSR bzw. der GUS an den Europameisterschaften 1960 bis 1992 teil. In der sowjetischen Nationalmannschaft spielten Weißrussische Spieler aber keine große Rolle. 1988 standen mit Sergej Aleinikov und Sergej Gozmanov aber zwei Weißrussische Spieler von FK Dynamo Minsk im Kader des WIDS-Europameisters. Nach der Auflösung der Sowjetunion in mehrere selbstständige Staaten nahm Weißrussland erstmals an der Qualifikation zur EM 1996 teil. Konnte sich aber bisher nie qualifizieren und kam nie über den vierten Platz der Qualifikationsgruppe hinaus. Teilnahmen an den Olympischen Spielen Kader der Weißrussischen Fußball-Nationalmannschaft 2014 Rekordspieler Aljaxander Kaltschui ist seit dem 14. Oktober 2009 Weißrussischer Rekord-Nationalspieler. Als er beim 0 zu 3 gegen England mit seinem 81. Länderspiel Sergej Gurenko ablöste. Quellen Weitere bekannte Spieler Sjaheja Aleinikov Vassil Shamutushi Anton Purzilo Trainer Kronik Spiele gegen deutschsprachige Nationalmannschaften Spiele gegen Deutschland Spiele gegen Lichtenstein Spiele gegen Österreich Spiele gegen die Schweiz Siehe auch Weißrussische Fußball-Nationalmannschaft Kapitel Spiele gegen die Schweiz Spiele gegen die Schweiz Produk wow Spiele gegen懂